Herzlich Willkommen zu der Videomasse. So, eine Tonne sind 1000 Kilogramm. Ich glaube das weiß schon jeder von euch, oder? Ja. Ein Kilogramm sind dann 1000 Gramm. Auch das weiß jeder. Wisst ihr auch, dass ein Gramm 1000 Milligramm sind? Ja. Wunderbar, brauche ich nichts mehr zu erklären. Das bedeutet, wenn wir von Tonnen in Kilogramm umrechnen, müssen wir mit 1000 multiplizieren. Wenn wir von Kilogramm in Gramm umrechnen, müssen wir mit 1000 multiplizieren. Wenn wir von Gramm in Milligramm umrechnen, müssen wir schon wieder mit 1000 multiplizieren. Das liegt daran, dass Kilo 1000 heißt und Milli Tausendstel. Also ein Kilogramm sind 1000 Gramm und ein Milligramm ist ein Tausendstel Gramm. Alles klar? Ja. 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 Dann üben wir. Vielen Dank.